moin leute was geht heute noch mal in folge titanvoll wir spielen ich hab dir schon mal gesagt du sollst nicht während ich spiele anders spiel spielen ja tut mir leid weil die leute jetzt dann dann titanvoll in king of retail hören ja ich stumme ich dabei ich werde ja zunehmen weil ich stumme ich komme dann wieder wenn ich fertig bin mit der aufnahme ok mit so wie so machen ich bin tot was ist das für eine waffe ordentlich hast du die ich bitte den piloten anruhen ist der pilot den ich liebe also leute das ist mal eine abwechslung zum story modus denn er ist wirklich schwer online gaming und mit heutigen titan genommen den vorteil nie nicht mit dem vorteil schild leider hatte ich es und ich noch nie genommen den vorteil schild leider okay ich lass die mal in ruhe drei jetzt kommen die ganzen titan und mal gern diese um was wird denn ok Trump und dann muss halt ziemlich gut und es kann mit diesem spiel und muss gut am Wänden ranklettern können. Okay. Ah, kacke. Der hat mich rasiert, der eine hier. Kleiner Rasierer hier haben wir hier in der Runde. Guder hier. What the bash? Helpl ich bitte respawn? Danke. Wir sind schon im Morgen. Danke. Für keinen... guten Tag. Okay. Okay, ich komm. Okay, der war gut. Aber warum hab ich den denn nicht getroffen? Also mein AIM sollte echt ein bisschen beschießen. Ich geh einfach mal mit ihm mit. Ja, 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 von hinten. Wo ist mein Titan? Ah, der ist noch nicht fertig. Komm her. Komm auf dich drauf. Loll. Da unten ist einer. Der Titan ist bereit. Okay. Okay. Der Titan ist bereit. Die Titan ist bereit. 40 Millimeter? Okay, das ist aber ziemlich gut. Okay. Das ist ein Partikelschild. Ehe raus hier. Nein, nein, nein. Noch nicht, bitte. Was ist das hier? Wie viel? Alter, gar keinen Bock. Aber gut. War das krass im Ernst? Ja, ja, ich zeige Ihnen, was ich kann. Und zwar das hier. Oh, warte. Nein, warte. Shuriken! Ich wollte den Shuriken gerade werfen. Shuriken ist halt nicht so eine gute Waffe, finde ich. Wenn es darum geht, was zu haben, so One-Headed. Okay, das war schlecht von mir gespielt. Ich hätte nicht nachladen können. Ich dürfe aber... Jeder macht bei Fehler. Und jetzt... Ich opfere mich, ich bin das Opfer. Ich bin das Opfer. Ich habe mich Opfer müssen, wo ich da gespawnt bin. Ja, moin. Erstmal richtig ein durchspülen von hinten. Versteigung auf 6 Uhr! Ihr dürft uns nicht festnageln lassen! Wir müssen hier weg! Wir sind zum Tag! Vorsicht! Weißkämpfen, jetzt halten es bald einsatzbereit! Ganz ruhig, ganz in Formation! Wir sind vor allem... ... auf die du weg gehst! ... die weg zu gehen! Der weiß ich nicht mehr, wir müssen uns überlegen! Und dann wird er sich nicht schon weiter! Der weiß ich schon immer noch. Mein Name ist sehr wichtig... Der weiß ich nicht! Wo? Was passiert jetzt mit meinem Titan? Ist der jetzt im Wachmodus oder was? Warum? Wo ist er? Der kann doch niemals alleine überleben, oder? Komm mit. Komm mit. Okay, rein da. Öffne, rein da. Im Hecken? Partikelschild, ich brauche noch ein Partikelschild. Partikelschild. Ach Modus, Kacke. Oh, komm doch zu mir Komm zu mir, komm sofort zu mir Ich ins Feuer Danke, dass ich Raketensystem nutzen darf Okay, das war gerade ein bisschen Irgendwas war da Ich tue mal E drücken Dann folgt er mir, oder? Kommst du? Okay Das erfolgt halt wirklich Das hat sich jetzt nicht gedacht Aber ich muss halt jetzt gerade so spielen Weil Ich muss das sowieso rein Ich muss das vorhin mal nicht so typen Ich muss jetzt sofort wechseln Kann alles unbauen, passt Ich muss das Wir wurden gekillt. Also ich habe jetzt fertig gespielt hier, die Aufnahme läuft zwar noch, aber ich habe verloren. Aber es war ein cooles Spiel, es war ein gutes Spiel, mein Team hat gut gespielt, muss man schon sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis zum nächsten Mal, tschau Leute, tschau.